Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Social Media A- bzw. Visco-Vorlesung. Wie letzte Woche angekündigt, habe ich Ihnen diese Einheit vor aufgezeichnet. Ich bin nämlich morgen am Austrian B2B Community Day, passenderweise eine LinkedIn-Konferenz und werde dort einen Vortrag zum Thema Personal Branding halten. Passenderweise deshalb, weil ich heute mit Ihnen genau über dieses Thema sprechen möchte. Und zwar über LinkedIn-Profilgestaltung. Was hat es da mit dem Lebenslauf auf sich? Und vor allem, das ist der Grund, warum ich seit Jahren diese Einheit auch immer integriere in die SOME-A-Vorlesung. Sie wissen vielleicht, mein Hauptjob außerhalb des Unterrichtens an der Universität ist strategische Social Media Beratung. Ich habe mich vor acht Jahren auf LinkedIn spezialisiert. Behaupte mal, dass ich mich mit dieser Plattform recht gut auskenne. Und wie Sie ja wissen, LinkedIn ist mittlerweile die einzige verbliebene Business-Social-Media-Plattform. Es gab im deutschen Sprachraum Xing. Allerdings hat sich die Betreiberfirma New Work SE, der Besitzer von Xing und einigen anderen Seiten im Karriereumfeld, haben die sich entschlossen, aus dem Social-Media-Business sozusagen auszusteigen. Und Xing ist nur mehr eine reine Recruiting-Seite. Es gibt dort keine Publishing-Funktionen, Gruppen und so weiter. LinkedIn ist also in den letzten Jahren, ganz speziell in Europa und im deutschen Sprachraum, sehr relevant geworden bei der Bewerbung. Es gibt viele Unternehmen, es kommt natürlich auf die Branche und auf den Beruf an, aber ich sage mal, in unserem Bereich, in den eher kommunikativen Berufen, gibt es sehr viele Unternehmen, Personalabteilungen. Die werden Sie zuerst mal googeln oder sich eben möglicherweise auch Ihr Profil auf LinkedIn anschauen. In meiner beruflichen Beratungstätigkeit habe ich vor allem mit Marketing- und Vertriebsteams zu tun. Das heißt, das sind meistens größere internationale Unternehmen, die ihre Mitarbeiterinnen zu mir in Schulungen schicken und Unternehmen oder parallel dazu mache ich auch 1 zu 1 Beratungen für Vorstände und Geschäftsführer von börsennotierten Unternehmen. Und da geht es eben genau darum, wie positioniere ich mich auf dieser Plattform, welche Außenwirkungen erziele ich da. Im Marketing-Kontext, im vertrieblichen Kontext ist die interessante Frage natürlich, wie können Unternehmen LinkedIn nutzen, um in erster Linie zwei Zielgruppen zu erreichen. Zum einen potenzielle Kunden, ein B2B-Netzwerk, das B2B steht für Business-to-Business, bedeutet ja, dass dort in erster Linie Unternehmen Geschäfte mit Unternehmen machen, im Gegensatz zu B2C, Business-to-Consumer. Das heißt, stellen Sie sich vor, Sie sind ein Unternehmen, das ein spezifisches Teil, sagen wir mal, eine bestimmte Art von Schraube für den Flugzeugbau herstellt, dann ist es natürlich für Sie aus Marketing-Hinsicht sehr interessant, wenn Unternehmen die Flugzeuge bauen von ihren Schrauben, beziehungsweise von den speziellen Vorteilen ihrer Schrauben erfahren. Das ist jetzt auch keineswegs ein hypothetisches Beispiel. Einer meiner Kunden ist ein Schraubenhersteller, die machen sehr spezialisierte Schrauben, mit beispielsweise, wenn Landmaschinen hergestellt werden und die Traktoren, die Metallteile, haben da bestimmte Bohrungen, dann werden die lackiert und nach dem Lackieren muss dann von den Gewinden nochmal der Lack abgeschliffen werden, bevor er verschraubt wird. Und diese neue Schraube, die gibt es jetzt, glaube ich, seit einem Jahr oder so, die hat quasi einen integrierten Lackfräser, das heißt, der Arbeitsgang des Abschleifens entfällt. Sehr interessant für Unternehmen, die Landmaschinen herstellen, vollkommen uninteressant für alle anderen. Das heißt, für diese sehr spezifischen Themen eignet sich LinkedIn gut, weil Unternehmen über bezahlte Werbung, aber auch im organischen Bereich, dort sehr gut ihre Kunden finden und auch erreichen können. Da LinkedIn sehr stark die persönlichen Accounts gegenüber Unternehmen bevorzugt, ist es für die meisten meiner Kunden in den letzten Jahren auch ein großes Thema geworden, sogenannte Corporate-Influencer-Programme zu starten, kurz gesagt, ihre Mitarbeiterinnen dazu zu motivieren, möglichst im Sinne des Unternehmens auf LinkedIn tätig zu werden, entweder selber zu posten oder zumindest die Unternehmensbeiträge zu teilen. Was hat das jetzt mit Ihrer persönlichen Situation zu tun, als Studierende von Publizistik und Kommunikationswissenschaft? Einige von Ihnen sind vermutlich nebenbei beruflich tätig, manche studieren in Vollzeit. Ich habe in den letzten Jahren immer wieder einmal nachgefragt und so innerhalb der Vorlesung, das sind pro Semester immer so zwischen 350 und 600 Teilnehmerinnen, da war es im Normalfall so irgendwo zwischen 10 und 20 Prozent, die einen LinkedIn-Account hatten. Und die meisten Ihrer Kolleginnen haben mir dann eben gesagt, ja, mir ist schon klar, dass das irgendwo relevant ist, aber ich warte eben drauf, bis ich mit dem Studium fertig bin und registriere mich dann, wenn ich beginne, auf Jobsuche zu gehen. Das ist einer der wesentlichen Gründe für die heutige Einheit. Ich behaupte nämlich, das ist deutlich zu spät. Sie müssen früher damit beginnen, wenn Sie sich möglichst früh ein entsprechendes Netzwerk aufbauen, werden Sie sich später entweder bei der Jobsuche wesentlich leichter tun oder sollten Sie eher in Richtung Selbstständigkeit denken. Kann das natürlich auch eine interessante Plattform sein. Ich habe vorhin gesagt, Unternehmen versuchen dort vor allem zwei Gruppen zu erreichen, das eine die Kundinnen und das zweite, und da sind wir jetzt schon näher an unserem Thema, potenzielle Mitarbeiterinnen. Sie wissen vermutlich, dass es in sehr vielen Branchen derzeit recht schwierig ist, qualifizierte Mitarbeiterinnen zu finden. Man könnte sagen, da ist durchaus ein gewisser Kampf um die besten Mitarbeiterinnen entbrannt. Und da gibt es natürlich auch Unternehmen, die aktiv auf LinkedIn suchen. Mein Punkt ist, wenn Sie Ihr Profil entsprechend gestalten, dann können Sie den ersten Eindruck, den potenzielle Kundinnen oder auch genauso potenzielle Arbeitgeber von Ihnen haben, sehr gut in Ihrem Sinne beeinflussen. Darum geht es im Kern beim Thema Personal Branding. Und ich möchte Ihnen zuerst ein paar Slides zeigen. Und zwar Warum LinkedIn? Ich habe es jetzt vorhin schon erwähnt, es macht Sinn in der Karriereplanung, auch im Zusammenhang mit der Bewerbung. Und es ist auch ganz interessant, wenn wir uns hier mal ein paar aktuelle Zahlen ansehen. Ansehen. So, ihr habt nämlich die Kamera deaktiviert. Im November 2023, also jetzt schon ziemlich genau ein Jahr her, hat LinkedIn die Meldung veröffentlicht, dass sie eine Milliarde Mitglieder weltweit haben. Die Zahl hier in Klammer ist der Stand zu Beginn 2019. So, da gab es schon ein starkes quantitatives Wachstum. Im Dachraum sind es rund 20 Millionen, um die 22 mittlerweile. Deutschland 18 Millionen aktive Accounts. In den letzten Jahren wurden auch immer mehr Nutzerinnen aktiv. Das bedeutet, wenn sie sich registrieren auf LinkedIn, ein Profil einrichten, ein Großteil der Leute macht das, heißt das ja noch nicht, dass sie dort selber auch aktiv posten. Aber ungefähr 50 Prozent mehr haben begonnen, eigene Inhalte zu veröffentlichen. Nichtsdestotrotz, und das macht die Plattform für die Positionierung sehr, sehr spannend, ist es eine relativ kleine Gruppe. Wenn Sie sich fragen, wie viele LinkedIn-Nutzerinnen posten, selber Inhalte dort, kommt auf den Zeitraum an. Monatlich, also mindestens ein Beitrag im Monat, sind nur rund 5 Prozent. Ein Beitrag pro Quartal, also vier Beiträge im Jahr, sind insgesamt auch nur knapp unter 8 Prozent. Das heißt, das ist eine relativ kleine Minderheit. Was macht der Rest? Entweder lesen die nur mit, oder sie loggen sich überhaupt nur sehr sporadisch ein. Täglich auf Instagram beispielsweise oder TikTok gibt es eine Menge Creator, die täglich posten. Das sind auf LinkedIn weit unter 0,1 Prozent. Das Ganze verteilt sich. Die Plattform stammt ursprünglich aus den USA, ist natürlich im englischsprachigen Bereich sehr stark. Der größte Wachstumsmarkt oder die zwei größten Wachstumsmärkte in den letzten Jahren waren allerdings Indien mit 117 Millionen und Brasilien. Es gibt allerdings, wenn man die Zahlen betrachtet, und da komme ich jetzt zurück zur letzten Woche, als wir uns über die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, unterhalten haben, da habe ich Ihnen ja gesagt, als Folgegesetz, als Folgebestimmungen zur DSGVO, hat die Europäische Union vor kurzem, vor ungefähr einem Jahr den DSA, den Digital Services Act, veröffentlicht. Und der zwingt eben die großen Plattformen, da gehört auch LinkedIn dazu, das sind Online-Plattformen, die pro Quartal mehr als, oder mindestens 15 Prozent der europäischen Bevölkerung erreichen, die müssen bestimmte Zahlen veröffentlichen. Das ist jetzt hier sehr klein, das werden Sie nicht so gut lesen können. Ich habe es hier mal größer rauskopiert. Wir haben nominell in Österreich 2,2 Millionen Accounts, in Deutschland rund 22 Millionen. Was Sie hier in der ersten Spalte sehen, sind die monatlich durchschnittlich eingelogten User. Also Personen, die sich mindestens einmal im Monat einloggen. Und das sieht man jetzt schon, da sind in Österreich 700.000, das ist etwas weniger als ein Drittel der Accounts, und in Deutschland ist es sogar näher bei einem Viertel als bei einem Drittel. Das bedeutet, ein durchaus beträchtlicher Teil der Nutzerinnen registrieren sich dort, logen sich aber sehr, sehr selten ein. Die realen Zahlen liegen wohl eher zwischen 25 und 35 Prozent, wenn man jetzt von der aktiven Nutzerschaft spricht. Natürlich hat COVID-19 bzw. die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Lockdowns uns sehr stark gezwungen, online zu arbeiten. Das wirkt auch weiter fort, ganz interessant. Seit Corona sieht man, dass das Vertrauen in digitale Kommunikationsmittel deutlich gestiegen ist. Die Statistiken hier von McKinsey beziehen sich zwar auf den Vertriebsbereich, aber das gilt natürlich analog genauso auch fürs Recruiting. Nielsen veröffentlicht alle zehn Jahre eine groß angelegte Untersuchung über Konsumentenverhalten, über Konsumentscheidungen. Eine Frage dabei lautet, vertrauen Sie bei Investitionsentscheidungen eher Marken oder persönlichen Empfehlungen? 2019, wurde das das letzte Mal veröffentlicht, sagten 85 Prozent, sie vertrauen eher andere Menschen als Marken. 15 Prozent sagten, sie vertrauen eher Marken. Das heißt, das ist eine ziemlich deutliche Mehrheit. Sieht man ja auch in ganz unterschiedlichen Entwicklungslinien von Influencer-Marketing auf verschiedenen Plattformen bis hin zu Testimonials. Interessant ist, wenn man sich die Ergebnisse 20 Jahre früher ansieht. 1999 hat Nielsen dieselbe Untersuchung veröffentlicht. Damals sagten noch 64 Prozent, sie vertrauen bei Investitionsentscheidungen eher Marken und nur 36 Prozent eher persönlichen Empfehlungen. Da ist also sehr viel passiert, ganz offenbar in diesen 20 Jahren. Und Sie sehen das ja auch, wenn Sie sich neuere Marken ansehen, egal was man jetzt von Elon Musk hält, da ist natürlich ein wesentlicher Bestandteil der Markenidentität von Tesla, bei Google und anderen Unternehmen ist das genauso. Und diese Entwicklung trägt LinkedIn, wenn Sie so wollen, Rechnung. Ich möchte Ihnen hier gern etwas zeigen, was auf dieser Grafik dargestellt wird. Das hat natürlich sehr viel mit Recruiting zu tun und bringt Sie vielleicht auch auf die eine oder andere Idee. Wenn Personen ein Unternehmen besuchen, nehmen wir mal die Universität Wien, also hier auf die Unternehmenseite gehen, dann haben Sie hier die Möglichkeit nachzusehen über diesen Bereich Jobs, ob das Unternehmen aktuell Jobs ausgeschrieben hat. Sie sehen jetzt hier bei der Universität Wien sind das aktuell 93 und die könnte man jetzt durchsuchen. Jetzt kann man sagen, jemand, der auf eine Unternehmenseite geht und dann auf Jobs klickt, der wird mit großer Wahrscheinlichkeit eher an dem Unternehmen als Arbeitgeber interessiert sein. Und jetzt gibt es einen bestimmten Prozentsatz, die machen dann anschließend folgendes, die gehen hier auf die quasi Mitarbeiterinnen, bei der Universitätsseite, das ist nicht das beste Beispiel, denn hier werden die Alumni gelistet. Nehmen wir mal eine normale Unternehmenseite, Microsoft, Besitzer von LinkedIn. Das heißt, da habe ich hier die Angestellten ausgewiesen und kann da draufklicken. Das macht jetzt ein bestimmter Prozentsatz und diese Liste von Personen, die ist personalisiert sortiert und tendenziell stehen jetzt da Leute, mit denen man sehr viele gemeinsame Kontakte hat. Sie sehen, das sind bei mir und Frau Schmidt hier 165, stehen weiter vorne in der Liste. Das heißt, was ermöglicht uns das, bevor man sich wo bewirbt, mal nachzusehen, gibt es irgendjemanden, den ich dort kenne, wo ich mal nachfragen könnte. Genau dieses Verhalten sehen Sie hier auf dieser Grafik. In Deutschland macht das ein gutes Drittel der Jobsuche, in Indien über 80 Prozent und in Brasilien. Das heißt, auch quasi diese Kommunikation basiert natürlich auf offiziellem Weg über die HR-Abteilung, aber teilweise eben auch über die persönlichen Accounts der Mitarbeiterinnen. Wenn man als Person, sei es als Geschäftsführer eines Unternehmens oder als Studierende oder Studierender, LinkedIn verwendet, dann ist eines der Ziele, einen sogenannten Personal Brand zu etablieren. Den Begriff Personal Brand oder Personal Branding haben Sie sicher schon öfter gehört. Das ist keine neue Idee, gab es auch schon vor dem digitalen Zeitalter. Womit das im Kern zu tun hat, ist die eigene Hauptexpertise mit der eigenen Person zu verknüpfen. So simpel. Wenn sich Menschen entscheiden, seien es Unternehmen, die sich für eine Bewerberin entscheiden oder seien es Unternehmen, die sich für ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung entscheiden, dann arbeiten wir vorzugsweise mit Spezialisten, mit Expertinnen zusammen. Das bedeutet mit Personen, die primär in diesem Feld tätig sind. Und um das etwas an einem Beispiel zu erklären, wenn Sie für Ihr Unternehmen eine Webseite erstellen müssen und Sie brauchen dafür besonders gute Texte, dann werden Sie sich einen erfahrenen, im Normalfall Copywriter suchen oder eine Copywriterin und nicht jemanden, der auf Webseitenprogrammierung spezialisiert ist und nebenbei auch, spezialisiert ist und nebenbei eben auch Texte schreibt. Sich selbst auf LinkedIn zu präsentieren, bedeutet sinnvollerweise die eigene Hauptexpertise und tatsächlich sind das ein, zwei, maximal drei Themen, mehr merken wir uns kaum, möglichst quasi zu präsentieren, im eigenen Profil und natürlich, wenn Sie aktiv posten, auch über diese Themen zu sprechen. Und warum tut man das? Natürlich um, ich habe hier in meiner Präsentation, das sind teilweise auch die Folien, die ich in meinen Workshops verwende, um Beziehungen mit bestehenden und potenziellen Kundinnen zu beginnen. Ich habe hier Kundinnen stehen, das können Sie genauso gut überall durch Arbeitgeberinnen ersetzen. Content Strategie, auch ein viel zitiertes Thema. Wir sind, sage ich immer, und das ist wirklich nur halb, wenn überhaupt scherzhaft gemeint, wir sind tendenziell sehr vergesslich. Das bedeutet, bis wir wirklich uns merken, für welche Expertise, für welche Kompetenz eine bestimmte Person steht, müssen wir das normalerweise immer wieder erfahren. Sie werden, wenn Sie, egal ob auf LinkedIn oder sonst wo im Internet, von jemandem einmal einen interessanten Beitrag über AI lesen, wird Ihnen der vielleicht auffallen, aber Sie werden diese Person erst dann wirklich als Expertin, als Experten für dieses Thema wahrnehmen, wenn Sie immer wieder mal regelmäßig nützliche Dinge liefern. Ein bisschen eine schizophrene Situation auf einem Business-Netzwerk. Auf der einen Seite sind die Nutzerinnen natürlich alle dort aktiv, um sich selber zu bewerben, um mehr Reichweite und Sichtbarkeit für sich selbst als Arbeitnehmer, als Arbeitgeberin oder für das eigene Unternehmen zu erreichen. Auf der anderen Seite möchte natürlich niemand im Feed nur Werbung und Selbstbeweihräucherung liefern. Das heißt, nützliche Inhalte, Anleitungen sind eigentlich die Art von Inhalten, die auf LinkedIn am besten funktionieren. Wir tun das letztendlich, um Entscheidungsprozesse zu beeinflussen, sei es im Hiring oder im klassischen Vertrieb. Ich habe Ihnen vorher schon gesagt, dass nur ein relativ kleiner Teil der LinkedIn-Nutzerinnen aktiv ist auf der Plattform. Was tut Otto Normal-User dort? Eine wichtige Motivation überhaupt für die Verwendung der Plattform ist die sogenannte FOMO. Steht für Fear of Missing Out, also die Angst, möglicherweise etwas zu verpassen. Man kriegt irgendwie mit, dass links und rechts sämtliche Kolleginnen Zeit auf der Plattform verbringen und möchte dann auch reinschauen. Sozusagen nicht der Letzte sein, der über aktuelle News in der eigenen Branche etwas erfährt. Natürlich Networking, Kontaktaufnahme. Ich habe vorhin schon angesprochen, Aufbau des eigenen Netzwerks. Mit wem Sie sich vernetzen, definiert natürlich grundsätzlich, wer Ihre Inhalte überhaupt sehen kann. Selbstverständlich wird LinkedIn sehr viel genutzt aus Unternehmenssicht für Mitarbeiterinnen-Suche oder natürlich auch zur Jobsuche. Das eigene Profil fungiert zugleich als digitale Visitenkarte. Auch die Kontakte, die Sie dort verwalten, bleiben praktischerweise, wenn jemand beispielsweise das Unternehmen wechselt. Im Gegensatz zu einer analogen Visitenkarte auf Papier immer aktuell. Und es gibt auch immer mehr Personen, die LinkedIn wirklich zur Recherche nach Dienstleistern, also letztendlich für Auftragsanfragen nutzen. Wie nützt uns LinkedIn? Zum einen gerade in unserer Branche natürlich ist das ein ganz, ganz wesentlicher Touchpoint. Da möchte ich Ihnen auch gern etwas zeigen. Vielleicht haben Sie sich schon mal selbst gegoogelt. Ganz typisch. Wenn man das tut, haben Sie Treffer, und das hängt jetzt natürlich davon ab, wenn Sie selber eine Webseite betreiben, speziell wenn diese Webseite schon einige Jahre am Buckel hat, steht die normalerweise ganz oben. Das ist meine Unternehmenseite. Ich habe auch über zehn Jahre lang einen Blog betrieben, Datenschmutznet. Dann bekommen wir als Lektorinnen an der Universität dort eine Homepage. Die Universität, beziehungsweise die Publizistik-Seite ist natürlich auch sehr gut gerankt. Und dann kommt hier an vierter und sechster Stelle mein LinkedIn-Profil. Das ist auch etwas, das ich immer wieder versuche, meinen Kundinnen zu vermitteln. Wenn sie nicht selber seit Jahren eine Webseite betreiben oder sonst ein sehr starkes Profil haben, dann wird in 99% der Fälle der erste Treffer zu ihrem Namen ihr LinkedIn-Profil sein. Das ist natürlich sehr viel wert. Da gibt es eine Menge psychologische Forschungen darüber, wenn es eben um diese Frage des Ersteindrucks geht. Wir möchten natürlich, wenn sich Personen über uns informieren, nur ein Bild hervorrufen, Stichwort Expertise, das eben genau den Eindruck, den wir erwecken möchten, unterstützt. Und natürlich spielen da mehr oder weniger alles, was über eine Selbe im Internet auffindbar ist, eine gewisse Rolle. Aber man weiß halt auch von den Google-Klick-Statistiken, die ersten drei Einträge bekommen im Normalfall über 90% der Klicks. Das heißt, das ist sehr wichtig, was da oben steht. Und der einfachste Weg, dort einen eigenen Inhalt zu platzieren, ist eben ein öffentlich indexierbares LinkedIn-Profil. Denn diese Profile funktionieren einfach in der Google-Indexierung sehr, sehr gut. SEO, kennen Sie wahrscheinlich den Begriff, steht für Search Engine Optimization. Also eben genau die Frage, wie wird man gefunden? So etwas Ähnliches gibt es natürlich auch auf LinkedIn. und stellen Sie sich vor, Sie spielen mit dem Gedanken, als Copywriterin zu arbeiten. Dann ist natürlich die Frage, jemand gibt im Suchfeld auf LinkedIn Copywriter oder auch Texter, Texterin ein. Wo auf Ihrem Profil müssen diese Begriffe stehen, damit Sie dann auch gefunden werden? Ein ziemlicher easy win, könnte man sagen. Ich habe es vorhin auch schon erwähnt, von der Reichweite schneiden dort Personen wesentlich besser ab als Unternehmen. Eine Unternehmensseite mit 10.000 Followern hat im Durchschnitt nur 2% organische Reichweite. Das heißt, die erreichen mit einem Beitrag im Durchschnitt nur 200 Personen. Bei Personenprofilen ist das deutlich höher, nämlich bei 15%. Sie wissen ja, Social Media Algorithmen. Mit einem Beitrag erreicht man im Normalfall nicht das gesamte Netzwerk, sondern eben einen bestimmten Prozentsatz. und das heißt jetzt auch, und das ist der Grund für die Relevanz von Corporate Influencer Programmen, wenn da 10 Mitarbeiterinnen mit je 500 Kontakten einen Beitrag veröffentlichen, dann bekommen die schon fast viermal so viel Reichweite wie die Unternehmensseite mit 10.000 Followern im Durchschnitt. Ich habe da auch von LinkedIn ganz interessante Zahlen bekommen. Die haben sich angeschaut, im Durchschnitt wie viele Kontakte beziehungsweise Follower haben alle Mitarbeiter eines Unternehmens im Vergleich zur Unternehmensseite mit Eliminierung von Duplikaten. Und ganz interessant, die Mitarbeiterinnen eines Unternehmens haben im Durchschnitt 9,5 Mal so viele Kontakte wie die Unternehmensseite. Also da ist natürlich riesengroßes Potenzial, wenn die auch selber aktiv werden. Ähnliches Bild wie bei der Reichweite sieht man auch bei den Conversions, also dort, wo es darum geht, jemanden zu einer Aktion zu bewegen. Stellen Sie sich vor ein Unternehmen, veranstaltet ein Webinar oder bietet einen Newsletter an und Sie wollen jetzt Ihre Kontakte auffordern, sich doch bitte für das Webinar anzumelden. Wenn Sie diese Einladungen sozusagen als Unternehmensseite schicken oder posten, wesentlich schlechtere Conversion-Raten als über persönliche Accounts. Wie bereits erwähnt, wenn man sich ansieht, wie viele Personen veröffentlichen mindestens einmal im Quartal einen Beitrag, sind wir da bei knapp unter 8%. Ich finde das auch ganz interessant im Vergleich der einzelnen Social Media Plattformen. Wir haben da einen roten Teil, das sind die aktivsten Nutzerinnen, die regelmäßig selber posten. gibt es einen blauen Teil, das sind die, die sporadisch bis nie posten, die aber regelmäßig liken und kommentieren. Und dann gibt es hier einen schwarzen Teil im Balken, das sind sozusagen die Lurker, die Personen, die eben nur mitlesen. Jetzt haben wir hier die schon erwähnten 8%, dann so gut 20% Kommentatorinnen und eigentlich eine große Minderheit, mehr als 2 Drittel, die nur stumm mitlesen, aber die grundsätzlich egal, ob Ihnen jetzt ein Beitrag gefällt oder nicht, nicht liken und kommentieren. Damit komme ich zum Profil. Einige von Ihnen haben vermutlich einen LinkedIn Account. Wahrscheinlich haben Sie sich, wenn Sie nicht beruflich dazu gezwungen waren oder möglicherweise haben Sie sich noch nie überlegt, wie Sie denn jetzt wirklich strategisch nutzen können. Dazu ein paar wesentliche Punkte. Sie brauchen keine Millionen von Fotos. Auf Instagram ist das natürlich sehr hilfreich, aber tatsächlich ein professioneller Headshot ist sehr, sehr sinnvoll. Es gibt viele Möglichkeiten. So gut wie jedes aktuelle Smartphone hat eine hervorragende Kamera. Entweder Sie haben Kolleginnen oder Kollegen oder man bucht mal einen Termin beim Fotografen. Es ist keine gute Idee, sich aus einem Urlaubsfoto auszuschneiden. Der klassische Headshot funktioniert hier einfach am besten. Warum? Wenn wir beispielsweise nach Personen suchen, ich zeige es Ihnen kurz, ich gebe einfach nochmal Copywriter in die Suche ein. Sie sehen eh, dann haben wir hier eine Liste von Leuten. Ein sehr dunkles Foto so wie hier Gesicht relativ schlecht erkennbar macht oder auch hier macht natürlich einen ganz anderen Eindruck als ein heller, freundlicher, professioneller Headshot. Und das sind sehr subtile Prozesse, wenn Sie so wollen, aber die beeinflussen durchaus sehr stark mit, wen wir dann da möglicherweise kontaktieren. Das gilt im Verkauf ganz genauso wie im Recruiting. Kundenzentrierte Profile. Das ist sicherlich der wesentlichste Punkt des Vortrags heute. Ein LinkedIn-Profil sieht erstmal aus wie ein Lebenslauf. Also neigen die meisten dazu, uns auch anzulegen wie einen Lebenslauf, wogegen jetzt ja grundsätzlich erstmal nicht viel spricht. Aber überlegen Sie sich Folgendes. Die Personen, die sich Ihr LinkedIn-Profil ansehen, die interessieren sich, oder alle Wahrheit, nicht für Sie, sondern die interessieren sich viel mehr dafür, was Sie für Sie tun können. Beispielsweise als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter. Um Ihr LinkedIn-Profil wirklich strategisch zu nutzen und für die Zielgruppe anzupassen, ist es nicht nur hilfreich, sondern geradezu zwingend erforderlich, möglichst genau zu wissen, was Sie tun möchten. Wenn Sie recht unentschlossen sind und nicht wissen, ob Sie später mal im Hausnummer-Radio-Bereich, Werbung, BR, Journalismus, was auch immer arbeiten wollen, ist das wesentlich schwieriger. Wenn Sie genau wissen, ich möchte beim Radio arbeiten, können Sie Ihr LinkedIn-Profil nutzen, um Ihre diesbezügliche Kompetenz zu demonstrieren. Beispielsweise einschlägige Zusatzausbildungen oder einen Podcast, den Sie selber produzieren, solche Dinge. Das funktioniert natürlich nur, wenn ich weiß, was möchte ich im Fall der Karriereunterstützung, welchen Job und was ist mein Traumjob, welche Informationen sind für die jeweiligen Entscheider, also die Personen, die letztendlich darüber entscheiden, wen sie für diese Stelle anheuern werden, relevant und wie kann ich das möglichst gut matchen. Seth Godin, einer meiner Lieblings Online-Marketing-Strategen, glatzköpfige Amerikaner, der einige exzellente Bücher geschrieben hat, der hat schon vor Jahren mal gesagt, E-Mail sollte eigentlich M-E-Mail heißen, denn die Leute interessieren sich am meisten für sich selber. Wenn Sie das verinnerlichen, wie gesagt, wir nennen das auch Kunden oder können es auch genauso gut Recruiting-zentrierte Profile nennen, wenn Sie sich bewerben wollen in der Werbung, dann zeigen Sie mindestens, dass Sie sich für dieses Thema brennend interessieren, besser noch eigene Arbeitsproben. Aber wie gesagt, das funktioniert halt nur dann, wenn man möglichst genau weiß, wo man hin muss. Ein Beispiel aus meinem Bereich, meine Zielgruppe sind in der Regel Vorstände, Marketing und Vertriebsleiter und die Frage ist, die ich mir dann stellen muss ist, was erwarten sich die von einem LinkedIn-Berater, welche Informationen sind für diese Zielgruppe interessant? Dass ich vor 15 Jahren mal Musikjournalist war, also Typistisationen eines Lebenslaufs, vollkommen uninteressant, es ist dem komplett egal, dass ich auf der Uni eine Social Media Vorlesung halte, das kann durchaus interessanter sein, reputationsmäßig. Aber fragen Sie sich, welche Informationen hinterlassen bei meiner Zielgruppe den richtigen Eindruck? Das ist tatsächlich das entscheidende Kriterium für die Gestaltung eines guten Profils. Sie haben auf Ihrem LinkedIn-Profil einen Infotext, glaube ich einfacher, wenn ich den kurz herzeige. So, ich gehe mal auf mein Profil. Was ich meine, ist dieser About-Text hier, oder auf Deutsch Infotext. Da werden die ersten 280 Zeichen dargestellt und den Rest sehen Sie dann, wenn Sie auf See More klicken. Leute haben es alle eilig heutzutage, 97% der Profilbesucher machen das nicht. Aber, es ist ja noch drastischer, 30% scrollen überhaupt nicht nach unten. Was heißt das jetzt schon wieder? Wenn Sie ein Profil öffnen, ich sitze jetzt hier am Desktop, aber das ist am Smartphone genau das gleiche, LinkedIn hat mittlerweile deutlich über 60% Smartphone-Usage über die App, dann sehen Sie erst mal nur diesen Header-Bereich. Erst wenn Sie nach unten scrollen, werden dann weitere Profil-Infos sichtbar. 30% schauen sich nur diesen Header an. Sie haben hier nicht besonders viele Gestaltungsmöglichkeiten. Ganz konkret, Sie können hier ein sehr breitformatiges 4 zu 1 Header-Bild hochladen. Sie haben Ihr Profilfoto, Name, da ist normalerweise wenig Gestaltungsmöglichkeit und Sie haben hier den sogenannten Profil-Slogan. Standardmäßig trägt LinkedIn hier den Job-Titel ein. Denken Sie daran, dass Personen, die später mal Science-Personalabteilungen oder andere Zielgruppen, die Ihr Profil scannen, schnell anschauen, die lesen auf jeden Fall das, was da steht. Möglicherweise gar nicht viel mehr. Beschreiben Sie hier Ihre Ziel, Ihre Tätigkeiten und zum Zweiten, auch das ist sehr wichtig, sämtliche Wörter, die hier drinstehen, berücksichtigt LinkedIn bei der Suche. Also wenn, wie in unserem Beispiel vorher, wenn jemand eben nach Copywriter sucht, zeigt LinkedIn zuerst Personen an, die Copywriter hier drinstehen haben oder im Job-Titelfeld. Das heißt, wenn Sie sich überlegen, mit welchen Keywords möchte ich gefunden werden, dann gehören die auf jeden Fall hier rein. Sehr viele Profile sind unvollständig. Ich zeige Ihnen das dann gleich auf der Live-Seite. es gibt einige Elemente, es ist aber nicht so deutlich gekennzeichnet, die LinkedIn als Pflichtelemente ansieht und wenn eines davon fehlt, gilt Ihr Profil als unvollständig und das führt dazu, dass Sie in Suchanfragen weiter unten angezeigt werden und auch wenn Sie Beiträge veröffentlichen, dass diese wesentlich weniger Reichweite bekommen. So, damit zur Live-Seite eben Thema Profilgestaltung. Ich habe es Ihnen vorhin schon gesagt, Header-Bereich, das ist eigentlich so der Teil, den alle sehen und der schon sehr viel mit dem ersten Eindruck zu tun hat. Sie haben hier ein eigenes Profil. Wenn Sie sich registrieren auf LinkedIn, dann müssen Sie entweder eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse, Ihren Namen und den aktuellen Job oder die aktuelle Ausbildung angeben. Mehr Daten werden da am Anfang nicht verlangt und dann können Sie das eben langsam nach und nach kompletieren. Mit diesem Add Profile Section Button können Sie die einzelnen Profilabschnitte aktivieren und der hat hier drei Teile Core, Recommended und Additional. Diese Elemente in Core, also wie gesagt, wenn Sie in Ausbildung sind, eine Ausbildung, ansonsten höchste abgeschlossene Ausbildung und aktueller Job, Services ist optional, weiß nicht, warum das da drin steht. Man kann mittlerweile auch so Career Breaks, sei es Pflegeurlaub, was auch immer, eintragen und Sie brauchen mindestens 25 Skills plus den Infotext. Wenn Sie diese Elemente aktivieren, ist Ihr Profil vollständig. Diese Statistiken sind nur für den Profilbetreiber selber sichtbar, dann kommt der bereits angesprochene Infotext. Services ist eine Profilbox, die in erster Linie für Selbstständige gedacht ist, wo man ihm sozusagen seine Dienstleistungen anbietet. Und dann gibt es hier noch diese Box Featured. LinkedIn-Profile haben ja relativ wenig Multimedia-Elemente. Dieses Featured ist so etwas wie ein zusätzliches Schaufenster für das Profil. Sie können hier, wenn Sie Beiträge veröffentlicht haben, diese Beiträge noch mal speziell highlighten. Sie können aber auch Fotos hochladen beziehungsweise auch Links zu Webseiten eintragen. Was sollte man hier unterbringen? Es ist immer dasselbe Prinzip. Die Frage ist sozusagen, was ist für meine Zielgruppe relevant? Ich habe heuer im Sommer einen Videokurs aufgenommen, überlinkt in Profiloptimierung. Das ist naheliegenderweise natürlich ein Thema, das meine Zielgruppe interessiert. Kann man sich da anmelden, der ist kostenlos. Geht noch etwas tiefer als das, was ich Ihnen heute erzähle. In manchen Bereichen, also wenn Sie da tiefer einsteigen wollen, kann ich durchaus empfehlen. Man kann sich da ein Meeting ausmachen. Wenn, und wie gesagt, das hängt eben sehr davon ab, was Sie erreichen wollen. Wenn Sie an einen Job, nur als Beispiel, im Bereich Fotografie denken, dann ist es natürlich eine hervorragende Idee, dort Ihr Portfolio beispielsweise auszustellen. Sie Logos designen, zeigen Sie Ihre Arbeit. Der nächste Bereich dann dieses Activity, das ist genau wie auf Facebook, eine chronologische Auflistung aller Beiträge und dann folgt der eigentliche tabellarische Lebenslauf. Es ist tatsächlich für die Auffindbarkeit und für die Sichtbarkeit Ihres Profils vollkommen egal, ob Sie da 100 Jobs eintragen oder nur einen. Wir denken auch bei der Gestaltung des LinkedIn Profils meistens primär an die Jobs, das ist man gewohnt vom CV, der Bereich und gerade der erste Absatz des Infotextes sind aber wesentlich wichtiger. Welche Jobs sollten Sie eintragen? Ich habe während meines Studiums immer wieder mal gekellnert auf Bates und so, die wir selber veranstaltet haben, das hat überhaupt nichts, ich war Musikjournalist, das hat nichts mit meinem jetzigen Job zu tun. Wenn Sie Jobs gemacht haben, beispielsweise ein Praktikum bei einem Radiosender und Sie wollen im Radiobereich arbeiten, alles was sozusagen Ihre Expertise unterstreicht, macht natürlich Sinn, hier einzutragen, Rest eher nicht. Dann kommt der Bereich Ausbildung, wie gesagt, üblich ist es, die höchste abgeschlossene Ausbildung einzutragen. Als Studierender würden Sie dann hier eben Universität Wien nehmen und man kann diese Ausbildung, ich zeige es Ihnen mal hier kurz, die hat, wenn sie abgeschlossen ist, ein Start- und Enddatum und ansonsten können Sie ein Expected Enddate reintun in der Zukunft und sind sozusagen damit in Ausbildung. Auch hier dasselbe Prinzip Zusatzausbildungen dort, wo Sie mit Ihrer Kernexpertise zu tun haben, macht es natürlich Sinn, sonst eher weniger. Dann gibt es ein paar optionale Profilabschnitte, Lizenzen und Zertifikate, in manchen oder gar nicht so wenigen Jobs spielen beispielsweise ISO-Zertifizierungen eine Rolle, die könnte man hier eintragen, Projekte ist eine freie Kategorie, da passt mehr oder weniger alles rein. Volunteering ist gedacht für freiwillige Tätigkeiten, das kommt vor allem aus dem anglomerikanischen Bereich, gerade in den USA, ist es beispielsweise bei Bewerbungen bei öffentlichen oder halböffentlichen Unternehmen auch tatsächlich ein Vorteil, da sind Bewerber, die sich in Rettungsorganisationen, freiwilligen Feuerwehren und so weiter engagieren, zu bevorzugen, wofür sie diesen Bereich auch nutzen können, ist die Eintragung der Mitgliedschaft in Berufsverbänden, Interessensverbänden und so weiter. Dann gibt es hier die Skills, also die Fähigkeiten, das waren bis vor kurzem 50, LinkedIn hat das jetzt erweitert auf 100, also so typische Skills, die man im Bewerbungskontext verwendet, die können sie nicht frei definieren, sondern das ist eine vorgegebene Liste, ich habe jetzt bei mir hier Englisch eingestellt, wenn sie LinkedIn auf Deutsch verwenden, haben sie natürlich die deutschen Bezeichnungen, aber beispielsweise Journalism, wenn sie da was eintragen, dann sehen sie, welche ähnlichen Kategorien es hier noch gibt. Ich würde ihnen empfehlen, gerade im Bewerbungskontext, tragen sie alle passenden Skills ein, die sie finden, achten sie darauf, dass sie mindestens 25 eintragen. Wenn Unternehmen Jobs ausschreiben, dann kann die HR-Abteilung bestimmte gewünschte Skills angeben. Ich möchte, dass mein Bewerber diese und diese und diese Skills hat. Und je höher die Übereinstimmung ist, desto geeigneterer Kandidat oder geeignetere Kandidatin werden sie präsentiert. Sei es simple Mathematik, mehr Skills ist eine gute Idee und natürlich überlegen, sie können sich ja auch ein paar Job-Inserate ansehen, was sind denn so typische Skills bei den Jobs, für die ich mich bewerben möchte und dementsprechend optimieren sie dann ihre Skills Section. Und dann gibt es zu guter Letzt noch Recommendations, die sind sozusagen das Pendant zu Business Empfehlung schreiben, das sind kurze Empfehlungen, die Ihnen Ihre Kontakte ausstellen können. Darunter gibt es dann noch ein paar weitere optionale Abschnitte, Publikationen, Auszeichnungen, Testergebnisse, Sprachen, Organisationen. Ich habe auf meinem Profil zu Demo-Zwecken alles vollständig ausgefüllt. Wenn etwas wichtig ist, würde ich Ihnen wirklich empfehlen, diese Teile brauchen Sie nicht, dann tragen Sie es lieber hier in Featured ein. Sie können Ihr LinkedIn-Profil in mehreren Sprachen anlegen, wenn Sie sich registrieren, dann wählen Sie eine Sprache aus, das ist ganz egal, lieber als Deutsch oder Englisch und Sie können dann später weitere Sprachversionen hinzufügen. Bei mir nur Englisch und Deutsch, mangel weiterer Sprachkenntnisse, aber wenn ich jetzt beispielsweise Türkisch sprechen würde, dann könnte ich jetzt hier noch Türkisch auswählen. Was dann passiert ist, LinkedIn dupliziert das gesamte Profil. Interessanterweise wird hier nichts mit AI-Tools übersetzt, sondern Sie müssen dann eben, wenn Sie eine neue Sprache reinhängen, dann haben Sie bei allen Feldern sozusagen die Hauptsprache und die zweite Sprache daneben stehen und müssen das dann händisch übersetzen. Macht natürlich Sinn, wenn Sie mit Zielgruppen unterschiedlichen Sprachen zu tun haben. Eine Sache, die vor allem im Zusammenhang mit Google sehr wichtig ist, standardmäßig ist Ihr Profil öffentlich, aber überprüfen Sie mal, ob Sie das auch so eingestellt haben. Sie können hier mit diesem Shortcut Public Profile und URL kommen Sie auf diese Seite und da können Sie zwei Dinge machen. Wenn Sie sich auf LinkedIn registrieren, ähnlich wie auf anderen Social Media Plattformen, bekommen Sie standardmäßig mal eine URL in der Form linkedin.com slash in slash Vorname, Nachname und eine Zufallszahlen Kombination. Hier können Sie sich eine Nice-Uhr eintragen, die muss nur frei sein. Anders als auf Instagram kann man ja auch keine Punkte verwenden, auch keine Binderstriche, nur Buchstaben und Zahlen. Und zum Zweiten legen Sie hier die Sichtbarkeit fest. Wenn dieser Schalter darauf an ist, dann darf sozusagen Google Ihr LinkedIn-Profil indexieren. Was bei einem beruflichen Profil natürlich Sinn macht, sehen Sie es als öffentliche Visitenkarte an. Je umfangreicher LinkedIn-Profile ausgefüllt sind, desto besser werden sie auch in Google indexiert. Im Kern und das ist, ich kann das gar nicht überbetonen, im Kern ist es wirklich sehr, sehr wichtig und ausgesprochen hilfreich, um nicht zu sagen, geradezu unabdingbar, und das gilt nicht nur für LinkedIn, sondern für jede Art strategischen Kommunikation, genau zu wissen, welche Zielgruppe Sie erreichen möchten, denn das ist natürlich die Grundlage für die Gestaltung Ihres Profils. Auf LinkedIn wie auch auf anderen Social Media Plattformen gibt es drei Bereiche, die möglichst gut aufeinander abgestimmt sein müssen. Das eine ist die Gestaltung Ihres Profils, wie gesagt, optimiert für Ihre Zielgruppe. Das zweite, zumindest für die Personen, die aktiv posten, sind die Inhalte. Auch hier selbes Prinzip, was ist nützlich, spannend, interessant für meine Zielgruppe. Und das dritte, das ist das, was häufig übersehen wird, sind unsere Kontakte. LinkedIn funktioniert in der Hinsicht ja wie Facebook, das heißt, hier heißt es nicht Friends, sondern Connections. Sie schicken Personen Kontaktanfragen, diese Personen nehmen die Kontaktanfrage an oder eben nicht und vice versa, sie bekommen Kontaktanfragen geschickt und suchen sich dann aus, ob sie diese annehmen. Wenn sie wissen, in welche Richtung sie LinkedIn verwenden möchten, dann macht es natürlich hochgradig Sinn, sich möglichst mit relevanten Personen zu vernetzen. Das können Studienkolleginnen sein, das können Personen sein, die bereits in der Branche arbeiten, Influencer, die in diesem Bereich arbeiten. Viele glauben, möglichst viele Kontakte zu haben, ist hilfreich. Ist es nicht. Was sie auf LinkedIn möglichst vermeiden sollten, ist sich mit Personen zu vernetzen, die inhaltlich nichts mit ihnen zu tun haben. Warum? Und die Wahrscheinlichkeit, dass die sich für ihre Inhalte oder Themen interessieren, ist sehr gering. Je höherer Anteil, denken Sie an das, was ich Ihnen über Algorithmen gesagt habe, je höher der Anteil Ihres Netzwerks ist, der auf ihre Inhalte reagiert, durch Liken, durch Kommentieren, aber auch durch Lesen oder Zeitverbringen, desto besser für Ihre Präsenz auf LinkedIn. Unterschätzen Sie die Relevanz einer professionellen Visitenkarte auf gar keinen Fall, ob Sie sich bewerben oder ob Sie anderweitig geschäftlich mit Leuten in Kontakt sind, Sie werden gegoogelt. Homepage oder gut gepflegtes LinkedIn-Profil, eine dringende Empfehlung meinerseits. Dankeschön, bis nächste Woche im Hörsaal.